Der Shadowhills Mastering-Kompressor kostet Geld. Viel Geld. Über 10.000 Euro. Aber zum Glück gibt es ja auch eine Software-Variante als Plugin. Nicht so groß, nicht so schwer und vor allem nicht so teuer. Und wenn du wie ich vielleicht auch das Plugin besitzt, verrate ich dir heute mal fünf Dinge über den Shadowhills Mastering-Kompressor als Plugin, die man angesichts der vielen Knöpfe, die das Teil hat, gerne mal übersieht oder vielleicht auch so gar nicht so richtig durchblickt. Und zusätzlich verrate ich dir dann auch noch, warum das native Plugin der Plugin-Aligns besser ist als das eigentliche, baugleiche URD2-Plugin von Universal Audio. Das alles in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Dieses Video wird dir präsentiert von Trommelwirbel. Mir. Also von mir und meinem Premium-Bereich im Recording-Blog. Du willst vielleicht noch mehr wissen über das Abmischen deiner Musik? Du brauchst mehr Übungsmaterial, ausführliche Mix-Tutorials, Gleichgesinnte, mit denen du dich austauschen kannst, Mix-Kritiken und Treffen mit mir oder anderen, um alle deine Fragen rund um die Musik loszuwerden? Dann ist der Premium-Bereich im Recording-Blog genau das Richtige für dich. Und wenn du noch mehr wissen willst, dann klick doch gleich mal nach dem Video hier oben auf diesen Link und überzeug dich davon, dass du mit allem, was du im Premium-Bereich findest, tatsächlich den nächsten Schritt hin zum Profi-Sound für deine Musik machen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dich schon bald auf der Premium-Seite der Recording-Blog-Familie begrüßen zu dürfen. Aber zurück zum Thema. Der Shadowhills Mastering-Kompressor ist natürlich nicht, wie der Name so sagt oder wie es im Namen geschrieben ist, nur ein Mastering-Kompressor. Du kannst ihn als Plug-In ja natürlich auch auf Bussen oder auf Einzelsignalen wie zum Beispiel Vocals einsetzen. Er ist also vor allem ein sehr ausgewachsener, charakterstarker Doppelkompressor mit einem optischen Kompressor, ähnlich wie der LA-2A, der mit nur zwei Knöpfen auskommt und relativ langsam, aber immer sehr musikalisch komprimiert und einem, wie das der Hersteller nennt, einem diskreten VCA-Kompressor, einem Voltage-Controlled-Amplifier-Kompressor, der so Mastering-typisch schon mit einer Ratio von 1,2 zu 1 startet, aber auch in der Einstellung Flat mit einer Ratio von 20 zu 1 richtig hart zugreifen kann. Fast schon wie so ein Limiter. Das Ganze garniert mit drei unterschiedlichen Ausgangstransformatoren, die jeweils eine leicht unterschiedliche Frequenzkurve bei Bessen und Höhen aufweisen, aber dem Mix vor allem mit unterschiedlichen harmonischen Verzerrungen und Obertönen ihren ganz eigenen Charakter mitgeben können. Wir gehen jetzt mal rüber und ich zeige dir fünf Dinge, die du vielleicht noch nicht wusstest und falls du vielleicht noch schwanken solltest zwischen dem nativen Plugin von der Plugin Alliance und dem UAD-2-Plugin von Universal Audio, verrate ich dir auch noch, warum ich mir heute wahrscheinlich nur noch das native Plugin kaufen würde. Das Ganze drüben in der Session und wenn dir dieses Video gefallen sollte oder weiterhilft oder vielleicht sogar Geld sparen sollte, dann zeig es mir gerne über den Daumen nach oben und gib mir doch über den Super-Thanks-Dankeschön-Button hier oder über Mitglieder werden hier unter dem Video ein Danke-Kaffee aus. Wir gehen jetzt mal rüber in die Session und starten mit Tipp Nummer 1. Den Shadow Hills Mastering-Kompressor kannst du in zwei verschiedenen Betriebsmodi betreiben, nämlich einmal Stereo und einmal Dual-Mono. Das heißt, jede Seite wird separat voneinander bearbeitet und auch komprimiert. Wie du das einstellst, findest du hier bei diesem Knopf direkt hier in der Mitte. Da kannst du einmal auf Dual-Mono klicken oder eben auf Stereo. Kleine Besonderheit am Rande und darum geht es in diesem Tipp. Wenn du auf Stereo stellst, reagiert der Kompressor ausschließlich auf die linke Seite von den Knöpfen. Das heißt, alles, was hier auf der linken Seite ist, steuert dann quasi Stereo für beide Kanäle, alle Einstellungen. Falls du dich gewundert haben solltest, dass du rechts drehst und nichts passiert, das liegt ausschließlich daran, dass im Stereo-Modus der Shadow Hills Mastering-Kompressor ausschließlich auf die linken Knöpfe reagiert. Gut zu wissen. Parallelkompression ist in aller Munde. Zum Beispiel beim New York Compression Trick. Da habe ich mal ein Video zugemacht, kann ich dir hier oben mal einblenden. In Kürze aber gesagt bedeutet das eigentlich nur, dass man sein Signal nochmal auf eine parallele Spur routet, also dahin schickt und mit einem Kompressor volle Pulle komprimiert, richtig stark kaputt komprimiert und dann aber nur Stück für Stück dazu mischt, damit man dieses stark komprimierte Signal dem originalen, dem unbeeinflussten Signal hinzumischen kann. Also parallel auf einer Spur nochmal etwas dazugeben kann. Toll natürlich sind Plugins, die einen Mix-Regler haben, wo man nämlich dafür sorgen kann, dass das Signal, was im Plugin bearbeitet wird, parallel nochmal Stück für Stück hinzugemischt wird. Und der Shadow Hills Mastering-Kompressor hat genau hier oben rechts genau so einen Mix-Regler versteckt, möchte ich mal sagen, weil diesen kleinen Regler sieht man nicht sofort. Der bedeutet, dass wenn du hier auf 100% stehst, dass du nur das Signal hörst, was vom Kompressor bearbeitet wird, stellst du auf 0, hörst du das unbearbeitete Signal und natürlich auch alles dazwischen, was dazwischen liegt. Kannst zum Beispiel 50-50 machen, kannst also mit dem Shadow Hills Mastering-Kompressor komplett durchdrehen, kannst richtig stark komprimieren, noch die Transformatoren dazu schalten, einen, der dir gut gefällt und dann das Signal aber eben nicht zu 100%, sondern vielleicht nur zu 50% oder nur zu 30% dann im Signal hinzumischen. Kannst dir also einen charakterstarken Sound holen, ohne dass du dein komplettes Material ruinierst. Also wirklich Beste aus beiden Welten. Der Mix-Regler, Parallelkompression. Ein Kompressor nutzt normalerweise das Signal, was wir ihm zum Komprimieren geben, parallel auch nochmal als Steuerungssignal, um herauszukriegen, wann denn eigentlich überhaupt komprimiert werden soll. Das heißt, er analysiert dieses Signal und wenn wir ihm dann einen Wert einstellen mit unserem Threshold-Regler hier zum Beispiel und dieser Wert überschritten wird, dann weiß er, okay, dieser Wert ist überschritten, jetzt muss ich komprimieren. Soweit, so gut. Jetzt gibt es aber Material, was sehr viel tieffrequente Anteile hat. Tiefe Frequenzen haben viel Energie und sorgen dafür, mit dieser tieffielen Energie dafür, dass der Kompressor vielleicht schon deutlich früher anfängt zu komprimieren, als es vielleicht der Rest des Signals eigentlich zulassen würde. Mit anderen Worten, wenn du vermeiden möchtest, dass deine tieffrequenten Anteile diesen Kompressor auch steuern, dann kannst du einen Sidechain-Filter einführen in dieses Steuersignal, das dafür sorgt, dass beim Steuersignal quasi alles unterhalb einer gewissen Grenzfrequenz abgeschnitten wird und eben nicht berücksichtigt wird bei der Analyse. Klingt jetzt komplizierter, als es eigentlich ist. Mit anderen Worten eigentlich nur, du kannst ihm sagen, hey, wenn wir hier oben rechts mal diesen Sidechain-Filter-Regler hier nehmen, da kannst du ihm sagen, ich stelle hier mal 160, 170 Hertz ein. Das bedeutet, dass der Kompressor bei der Analyse des Materials alles unterhalb von diesen 170 Hertz ignoriert und nur alles oberhalb von 170 Hertz dann berücksichtigt für die Kompression und vielleicht dann nicht zu früh anfängt zu komprimieren. Dafür gibt es hier diesen Sidechain-Filter-Knopf, mit dem du das ausstellen kannst. Also Out bedeutet, dass das Sidechain-Filter nicht berücksichtigt wird und mit Sidechain-In wird das Filter angemacht und wir können uns ja mal den Unterschied direkt anhören. Ich habe hier mal 160, schalten wir mal 220 Hertz ungefähr ein. Das heißt, wir können jetzt einmal an- und ausschalten, hören uns mal Material an, wo durchaus Bass drin ist und dann kannst du ja mal selber entscheiden, welche Variante dir besser gefällt. Ich gehe mal hier rauf und wir hören jetzt mal kurz in die Spuren des Monats vom März 2022 rein, wenn du also diesen Song mal mischen möchtest, dann informiere dich gerne, wie gesagt, über den Premium-Bereich. Jetzt hören wir mal kurz, wie groß die Unterschiede eigentlich sind, wenn er beim Steuerungssignal die tieffrequenten Anteile mit berücksichtigt und früher anfängt zu komprimieren oder sie eben ignoriert, wenn das Sidechain-Filter an ist. Bis zum nächsten Mal! Vielleicht konntest du parallel auch auf das VU-Meter hier links achten, sonst geht auch noch mal kurz zurück. Das kann man hinter dem Zoom hier auch noch einigermaßen sehen. Da siehst du auf jeden Fall, wenn das Sidechain-Filter reingeschaltet ist, das heißt also eher alles unterhalb von diesen 220 Hertz ignoriert, dass er dann deutlich weniger komprimiert, weil er eben auf diese tieffrequente Energie nicht reagiert. Also Sidechain-Filter auf jeden Fall hilfreich, wenn man viel tieffrequente, energiereiche Musik hat, aber nicht so früh komprimieren möchte. Cooles Ding. VU-Meter habe ich ja gerade schon gesagt. Wir haben hier in der Mitte zwei VU-Meter, die uns verschiedene Sachen anzeigen können. Das kannst du hier mit dem linken Schalter hier auf der linken Seite machen. Du kannst einmal einstellen, dass er dir die Kompression anzeigt, das, was also der optische Kompressor zum Beispiel komprimiert. Du kannst dir das Discrete anzeigen lassen, was der diskrete Kompressor komprimiert. Oder du kannst dir das Ausputtssignal anzeigen lassen, also wie laut das Signal eigentlich rauskommt. Wenn du weißt, wie ein VU-Meter reagiert, der reagiert nämlich ungefähr so wie unser Ohr, also nicht auf schnelle Peaks, sondern auf eine gemittelte Lautheit, dann weißt du auch, dass diese Null, die hier eingestellt ist, nicht gleichzusetzen ist mit der digitalen Null, die wir normalerweise in unseren Pegelanzeigen hier unten in der DRW zum Beispiel angezeigt werden. Also diese Null hier ist digital Null. Da sollte nichts drüber gehen. Aber die Null bei einem VU-Meter kann man normalerweise selber justieren. Ich habe mal ein Video zu dem Thema gemacht. Falls du da genauer mal einsteigen möchtest, kannst du ja hier oben mal klicken und dich darüber noch informieren. Das ist übrigens auch ein praktischer Tipp noch dabei. Aber du kannst ihm hier halt auch bei dem VU-Meter vom Shadowhills Mastering Kompressor sagen, welcher eigentliche Pegel denn mit dieser Null hier dargestellt werden soll. Dazu klickst du einfach mal irgendwo hier zwischen den VU-Metern mal dazwischen und kannst dann hier unten den VU-Referenzlevel eingeben. Du kannst zum Beispiel hier minus 18 eingeben. Dann weißt du, dass die VU-Meter, wenn die reagieren, dass die dann hier zum Beispiel, wir hören mal kurz rein. Nicht etwa übersteuern, weil der Regler die ganze Zeit im roten Bereich ist, sondern dass er einfach nur anzeigt, dass du deutlich über dem Referenzpickel von minus 18 dB bist in diesem Fall. Man kann aber auch einstellen, minus 14 zum Beispiel, wie das ursprünglich hier eingestellt ist. Normalerweise ist hier minus 14 eingestellt. Du kannst aber auch jeden anderen Wert einstellen, der vielleicht für dich hilfreicher ist und dir hilft auf jeden Fall besser einzuschätzen, mit welchem Pegel du eigentlich hier aus dem Shadowhills Mastering Kompressor rausgehst. Also einfach mittel draufklicken, hier den Referenzpegel einstellen und schon macht das VU-Meter genau das, was du möchtest. Gewusst wie. Ich habe ja schon gesagt, dass der Shadowhills Mastering Kompressor ein Doppelkompressor ist, also ein Dualkompressor. Er hat zwei Kompressoren, die auf jeder Seite arbeiten und man kann im Übrigen dann auch noch sagen, dass das Ganze hier in Stereo oder in Dual-Mono gefahren soll, also nochmal separat eingestellt werden kann für die beiden Seiten. Jetzt gibt es einen Regler, der hier dabei ist. Es sind ja eine ganze Menge Regler beim Shadowhills, aber du siehst, dass hier unten der Discrete-Recover-Regler, das bedeutet, das ist die Release-Zeit normalerweise für den diskreten Kompressor, die hier eingestellt wird mit 0,1 Sekunden und dann wird es ein bisschen schneller. Aber hier gibt es auch einen Punkt, der heißt Dual. Und dieses Dual ist ein kleines bisschen verwirrend, weil man auf die Idee kommen könnte, dass das irgendwie Einfluss darauf hat, dass beide Seiten dann doch wieder zusammenarbeiten oder dass beide Seiten jetzt als Dual-Mono doch betrachtet werden. Nein, Dual bedeutet bei diesem Schalter nur, dass du da die langsamste Release-Zeit überhaupt einstellst, die dann ungefähr dem entspricht, was der optische Kompressor oben auch hat. Das heißt, mit Dual ist keine Wirkung, keine Arbeitsweise gemeint, sondern einfach nur Dual, dass es sehr langsam ist. Wie man das übersetzt, wie man auf diesen Begriff kommt, keine Ahnung, ist aber auch nicht wichtig. Für dich ist nur wichtig zu wissen, dass du weißt, Dual hat nichts mit der Betriebsweise des Kompressors zu tun, sondern soll einfach nur sagen, das ist die langsamste Release-Zeit, die du für den diskreten Kompressor einstellen kannst. Gut zu wissen. Bleibt noch die Frage, warum die UAD-2-Version nicht so gut ist, wie die von der Plug-In-Alliance, also die, die ohne die DSPs von Universal Audio funktioniert. Und dazu mache ich einfach mal den zweiten Shadowhills an, nämlich den von der UAD. Und wir halten sie mal nebeneinander. Wenn du hier so guckst, sehen sie erstmal gleich aus. Sie klingen gleich, sie funktionieren gleich. Und trotzdem hat die native Version doch ein paar Zusatzfunktionen, die mir einfach beim UAD-2-Plug-In fehlen. Und wir halten sie mal untereinander, dann wird es dir relativ zügig auffallen, was hier der Unterschied ist. Denn wenn du mal hier oben in diesen oberen Bereich reinguckst, dann siehst du bei der UAD-2-Version vom Plug-In, dass hier einige Regler zu fehlen scheinen. Die sind wohl vergessen worden, die waren damals noch nicht aktuell. Keine Ahnung, ich habe hier die aktuellste Version von dem Plug-In eigentlich drauf. Aber gehen wir mal hoch, dann siehst du, dass hier unter anderem der Mix-Regler ist für die Parallelkompression, das variable Sidechain-Filter, dass man jetzt hier einstellen kann, welche Grenzfrequenz hier eigentlich beim Sidechain-Filter für das Steuersignal genutzt wird. Wenn du hier bei der UAD draufklickst, auf den Sidechain-Filter, dann wird 90 Hertz fest eingestellt. Das war's, keine weitere Einflussnahme. Auch das ist ein Ding. Dann kann man hier bei der nativen Version hier oben neben dem Sidechain-Filter sogar noch Key-In drücken. Das bedeutet, du kannst auch ein externes Steuersignal über eine externe Sidechain nochmal reingeben in den Kompressor. Auch das geht bei der UAD-Version nicht. Du kannst hier nicht über ein externes Steuersignal den Kompressor steuern lassen. Deswegen auch da kleiner Malus, der auf jeden Fall dazukommt. Das heißt, Parallelkompression geht nicht, das variable Sidechain-Filter, keine externen Sidechain-Steuersignale. Und was ich dann auch noch wichtig finde, du kannst hier bei der Version von der Plug-In Alliance kannst du hier vier verschiedene Presets einfach mal vorbereiten. Also vier Szenen, wenn man es so nennen möchte. Und kannst diese vier verschiedenen Einstellungen einfach mal ganz schnell durchschalten. Das geht auch bei der UAD-Version nicht. Also hier ist auch der Weg über mal schnell vergleichen mit vier verschiedenen Einstellungen nicht möglich. Auf jeden Fall vier Punkte, die mich schmerzen. Und ich hoffe, dass Universal Audio an der Stelle nachbessert und diese vier Punkte dann auch noch nachholt beim UAD-2-Plug-In. Und wenn das da ist, dann sind wieder beide gleichwertig und dann ist es egal, welchen du dir kaufst. Ich hoffe, du konntest einiges aus diesem Video mitnehmen und würde mich freuen, wenn du mir dein Wohlempfinden, dein Wohlgefallen über den Daumen nach oben zeigst. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten wie immer nur das Beste. Mach's gut und Yassu! Mach's gut und Yassu! Mach's gut und Yassu! Mach's gut und Yassu! Untertitelung des ZDF, 2020